Hier ist die Tür Oh, da ist ein kleines Viech Wo? Hä? Oh, es geht nicht, es geht nicht wieder Oh nein, es dreht wieder um Das haben wir noch nie gesehen Total, ich glaube, das wollten wir einfach nur holen Kündig mir, du hast den Sauerstoff von der links Ja, was? Und eben auch Okay Da liegt schon was, ich habe einen Knochen Ich kann ihn sicher was anlocken Da vorne ist es Wo ist jetzt der Kameramensch, wie der auch nicht rennt? Ja, wenn ich Soll ich mal ein Intro machen? Vergiss nicht, du kannst jetzt rum an die Kamera Ja, mit dem Maus ragt, glaube ich Maschellampe braucht Batterie Ja Soll ich mal einfach ein eiskaltes Intro machen Ihr könnt den Sound von Vivis in dem Channel machen Ja, soll ich nicht mal anschauen Herzlich willkommen zu The Wies Monster Finder Blulululululululululululululululululululululululululul Let's go Ah! What the fuck Der wollte einfach auch dabei sein, das ist wie der Ausschliessig Verdammt von Grätern Das ist unser sechster Mann im Team Euer sechster Mann hat es sich gerade gekauft Nein Ja, gehen wir mal runter Der oberer um einander renner bringt eh nicht viel Aber er rennt weg vom Er liegt wegs mit einem Knochen, das ist so wie ein Kreuz führen Komm runter, kommen wir nochmal Ich komm, ich komm, ich komm Ja, ich muss den Kameramann abjucken Ja, warten wir mal Treffen wir uns beim Abgang Warum bin ich eigentlich der Einzige ohne Taschenlampe Oh, hinter dir kurz Der Schneckenmann Warte, film mich, Fabi Der Typ läuft einfach, als ob er die dicksten Balls überhaupt hat Hallo, kurzes Interview Ah, er fällt abe mit dir Ja Oh, jetzt Sacki, Sacki Ja, er hat mich noch angesagt, bevor ich runtergefallen bin Ich glaub, der will mich Ich hab nochmal einen Sacki Ja Boah, da hab ich ihn gedrutscht Hast du noch mal einen Knochen am Boden? Ich hab wieder, ich hab meinen Knochen, da hab ich ihm auch nicht geworfen leider Das war Nicht meine beste Entscheidung Wo sind die auch nicht gegangen? Wurscht Ich glaub, die schiebe ich durch Ah Oder nach links Ah Hallo, Hilfe Warte Der Knochen ist da Nice, ok Ich hab grad gefragt, ob der Das ist der Sacki Oh, da vorne ist Ah, ich hab Gegen der Seite das Viech Alles Auf der Rote Wie? Hinter dir war was Oh Ok, was? Hallo Mr. Sucki Sucki Ah, da sind Räder Hinter euch ist der Mr. Sucki Sucki Ja, ja König König Nein, Sucki Sucki Oh noo König Scheiss ist das laut, hm? König Lauf mal da ins Rad hinein Nein, ich weiß schon was denn passiert Den spickt man so Ja, genau den Kannst du mir Sucki Sucki Wie können wir uns umarmen, das kann man da vor, oder? Ja, da musst du aber so Du musst anleiten und kochen Ja, da musst du einfach mal mal erzählen was ich wo ich nicht tun muss Äh, die Files einfach in den Ordner wo du das Game installiert hast Na, nicht schon mit der Kiste, weg 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 Helooo. Hilfen. Helfen sie mir. Da haben wir Wern. Oh, da ist der Kleine. Der Klappermann. Er rennt wieder weg. Aber ich würde sagen wir gehen in die andere Richtung, sonst schwimmt man auch nicht mehr rauf wieder. Okay. Das ist doch der Gang, wo es normal immer rauf geht, oder? Wir haben nur noch ein halbes O2. Ist es Zeit umzudrehen. O2 nennts das. Ja, O2. Also da hat er zufällig, wenn der da weitergelaufen wäre, ja? Ach so, wenn wir uns mal zu dem Kleine packen. Ich mag mich filmen mit dem Schädel in der Hand. Ja, ich habe nur noch 22 Prozent. Nur kurz. Wo? Einfach geradeaus, da hat er zufällig. Ah, warte mal. Warte, hol mich da. König, bleib nochmal da. Warte mal. Warte mal. Ah, ich filme mal, wenn mich der runterpackt. Ja, weißt du, ich habe 17 Prozent Speierplatz. Komm schon. Ich hoffe, du hast das Intro gefilmt. Wo bist du? Ah, der Klappermann ist da. Jetzt klatscht er. Ich glaube, der tut gar nichts. Ich glaube, der hat dann in die Eier klatscht. Ich glaube, der hat Angst vor Taschenlampen. Lauf nach euch her. Hat der Stepp schon auch, vielleicht? Stepp. Hat der Stepp, sie ist geliebt. Alles klar. Ja, jetzt der Kopf. Nee. Der tut dann um gar nichts. Entschuldigung, haben sie einen Moment für Jesus Christus? Da hätt ich auch Angst. Verholen's die. Da hätt ich auch Angst, geht weg. Da hätt ich auch Angst, geht weg. Da hätt ich auch Angst, geht weg. Hallo, hallo. Und hier. Sind deine Verwandten. Oh. Okay. Der Arsch ist jetzt voll. Was ist das rote Lämpchen, du filmst? Ja, okay, ich fertig. Okay, komm mal. Verstehen wir hier. Oh. Oh. Nein. Haben wir da trocken Kopf mit? Ah, da haben wir aber unten liegen. Haben wir da trocken Kopf mit? Das ist enttäuschend. Oh. Oh. Ich hab' die Taschenlampe, bevor ich klaut. Oh. 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 Oh, oh. Oh. Herzlich Willkommen zu The Wies Monster Finder Der Name hat man schon mal ins Gesicht leuchten kann Der Kommentar Küni ist sehr laut Hallo Saki Saki Ich glaube ich tue allgemein die Lautstärke mal dabei Ist der denn verfolgt oder wie? Ja sehr Oh no Oh no Finde ich gut Hallo hallo und hier sind deine Verwandte Ist das kacke Boah wieviel Boah 1,5k hochfällt Ist aber gut oder? Ist aber Ich wünsch meine Youtube-Videos hätten so viel Also schauen wir mal ob da jetzt alle Platz haben Grüne ist noch frei Jetzt sind wir die Marlinen da Ist der schon bei mir? Nein ich schau grad Ah ich kann einfach eh drucken und dann überspringt die Lickern da nicht Jetzt müssten wir schon ob wir Wir müssten nicht schauen ob wir der Markus noch zusätzlich hinladen können Äh ich glaube wenn das nicht ausgeschaut ist kannst du einfach hinladen Ja 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 wenn wir mal einladen und check Man schaut ob er kommt Überraschbar Sparen wir mal auf den Taser Das wollen wir mal so Ah er ist da Er ist zwar halb hier nicht da Er ist schon ein Sport Er hat noch körperliche Probleme Jawas Schau da kannst du dein Gesicht ändern Lautstärke 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 Hey ich weiß nicht was du machst Ok viel besser Da ist nur Zäpfel schwindet es da Aha Ja Du hast gelb Wie Ja Warum klaust du und dann versuchst du so meine Dinger klauen Du kannst selber ans E-Tippen Mit dem Zeichen Der erschnitt das hässliche Die hat ja gar nichts Falls das ein Kinsey soll oder so Wow Sind wir alle da oder? Wir kommen grad Wir kommen grad Markus macht schon wieder Schabernack Wer war wieder rein? Ist egal Hey Vater Was ist ohne uns los? Der Markus Der Markus fällt ne Wo muss ich anhecken? Nimm mir den Dusch Aus dem Husus Na da ne Kommen sie Kommen sie Heeey Heeey Fein Na hast du das jetzt schon verwendet oder kann man das öfter verwenden? Ne nochmal Kannst du das bitte neb so nem Neb so nem Neb so nem Schneckenmann nochmal machen dann wer da das zweite Explosive schaut Ich bin am liebsten im Garten draußen und spiele das Grüß Gott im Vorarlberg Heeey Heeey Den springt er da ab Heeey Dann kriegt man da Kriegt man da Kriegt man da keinen Schaden Wenn man komplett da ab Heeey Heeey Okay Gibt's allgemein keinen Fall Damage oder wie? Na Na Sind die 10 berüchtigsten Monster in diesem Viertel Heeey 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 Na Kollege Nimm den Klatsch Hat er jetzt beide das schon aktiviert? Heeey Man Heeey 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 Schade Heeey We hätten jetzt mit so nem Da dahinter ist wieder der Ausgang Ist gut Was ist da? Warte mal schau nochmal wie ich komme von dem da Heeey Heeey Was hast du das denn? Komm Einer filmt es auf dir und du kommst runter und wir machen so Tokyo Drift Musik ok? Heeey 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 Ding 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 Heeey 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 Wir müssen dann kommen zum Monster und die müssen wir filmen Oh shit Oh und das ist wahrscheinlich was, wo wir nicht hinlaufen dürfen Ja nein das gibt ja nicht hinlaufen Ja nein das gibt ja nicht hinlaufen Oh Wer ist jetzt durchgelaufen? Hä? Heeey Da kann man den Toter bringen Man kann doch nicht durchlaufen Nein Heeey Heeey Ja Wir haben einen Freund opfern müssen Fürs größere Wohl Ja Markus hee Heeey Heeey Bitte kann euch jemand Kamera drauf nehmen, damit er einen Song gefällt Ich versuche, wenn wir irgendwo mal einen Gegner finden Die finden nachher uns Ich glaube auch Ich glaube auch Ich bin schon wieder genau auszauern, das ist ja Wahnsinn Das schaut doch gefährlich aus, nicht? Ja da geht's hoch Das ist aber nichts Das sind nur noch mehr von den Drädern Ja da schmier dich einmal reingekommen Okay, warte ich mach so Wir erheben die Tür da offen Okay sind ja bereit Da da ist die da wird's Wie viel? Wo ist unser Kameramann? Ah okay Da spring rein Leeroy Jenkins Ah ne er startet wieder hoch Das hat nur halbe Leben gekostet Das können wir nochmal machen Spaß 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 Hopp Ja Konfette Kanone Und jetzt der Newsflash auf ZIP 13 Da geht's wieder hoch Da ist kein einziger Schneckentyp gekommen Aber Ein Sacki Sacki Wie viele bohren wir denn eigentlich? Wir haben vorher eh gute Aufrufe gemacht Wir haben Wir müssen am Tag nur 1.000 aufrufen Aufrufe Ich hab mir nicht 1.500 gemacht Dann reicht's jetzt Ja aber ja Jetzt brauchen wir quasi nur 500 Aufrufe Drei Oh ne da steht noch zwei Tage Ja ja easy Da machen wir euer Gewinnspiel Also wer jetzt ist Der kriegt einen Dragon Lore Von dem da Der mit dem Soundboard in der Hand Einfach der Gewinncode Dragon Lore 1 Oh da kommt was Was? Ich wusste es nicht Was ist das? Wo? Keine Ahnung Ein Kim Ich bin da mit der Taschenlampe Das ist doch der vom Monster AG Der Sully Nein der Der Michael Klotzkowski Der Michael Klotzkowski ja Immerhin ist noch eine Party-Kanone abgehangen Ja Okay Bin hin Also warte Hier sehen wir wieder mal ein wildes Viech Moment der Taschenlampe ist leer Okay Ich würde ja gerne wissen was wieder rausgekommen Wie viel Prozent haben wir noch? 33 Okay Oh da kommt er an Ohiuiuiuiui Oh ich würde die Kamera loslachen Oh scheiße Kamera liegt am Boden mit tot Na du läppst Er kommt auf mich Leg mich nach am Absch Ich hole die Kamera und rein Kühne Ich hab's Ich hab sie Oh mein Gott Ja den Gang rufe weil er verfolgt Maman hat Von Chua hihi tschüssi Ich lauf in die Richtung Kühne da gehts hoff. Okay. Dann lauf ich wohl mal hin. Ist eh niemand da. Oh er kommt. Red, Kühne, renn. Ich kann auch nicht. Ich spass mir gerade auf. Nein, ich habe mehr Anku. Hast du gefilmt? Wir haben einen Überlebenden. Also. Déjà vu. Wir haben noch, weiße ich wie viele Prozent ich noch habe, die ist noch voller Anku. Oben rechts. Ah, 23% übrig. Willst du ein Auto machen, oder? Jetzt müssen wir eine Kapsel finden. Ich glaube, die ist dahinter. Ja, ich sehe sie schon leuchten. Warte, ich laufe ein Stückchen vor. Ich kann mit mir ein Auto machen. Du kannst schon ein Selfie machen, gell? Ja, ich schaue gerade, wie ich die im Winkel habe. Es ist Wahnsinn. Wir haben das überlebt. Wir mussten drei unserer Freunde opfern. SimpliDeV findet das wohl einfach nur witzig. Eine Belastung. Eine Belastung. Oh nein, mein Mikrowellenessen ist fertig. Hagezack. Ich habe nur eine Frühlingsrolle in der Mikrowelle. Und fertig. Wie wir durch diesen kleinen Schlauch entkommen werden. Viel Spaß. Oh, Akkuleer. Null Speicherplatz. Meine GoPro ist voll. Action Cam. Ich mache das Loch zu. Action Cam. Ich mache das Loch zu. Ich mache das Loch zu. Ich mache das Loch zu. Willkommen zum 27 News Flash. Oh, wir haben einen Stau. Oh, ich habe da. Wie machst du das, wenn du eigentlich 128 Spieler hast? Keine Ahnung. Das stört mich in der Kapsel direkt. Hat ja noch theoretisch gewachsen. Soll ich dir das mit hineinschmeißen? Ah. 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 Hat es da Damage gemacht? Ah. Nein, helfen Sie mir. Ich glaube, da steckst du fest. Eine Kabel, wo das feststeckt. Ja. Ah. Ah. Jetzt ist er fix nochmal mit dem Fuß klemmt fest. Ah, du bist eh noch so cool. Ja. Wie lange wuchs denn die DVD da? Na, na? Wird verarbeitet. Wir werden viel gefilmt. Aber tun sie noch nicht gleich. Ich warte nochmal, bis alle hinten sind. Es dauert ja ewig. Es dauert aber ein bisschen lang mit Verarbeitung. Äh. Ich glaube, da kann man außerhalb von einem Bussi springen. Ja, sprich runter. Würde ich vielleicht nicht machen. Ich glaube, da da hilft mir. Der DVD ist fertig. Oh, echt? Ah, ist er nicht. Eilig. Muss man vielleicht was drücken? Ich glaube, da ist irgendetwas verpackt. Ja. Vorher ist sie gegangen. Ja. Vielleicht waren wir jetzt gut dran. Wir werden es nie erfahren. Vielleicht liegt es so daran, dass jemand in der Küche gestanden ist. Meinst du, wird auch nicht mitverarbeitet, oder? Ja, vielleicht verarbeiten sie deine Leber oder so mit. Kann man, da kann man noch was zu näher, gell? Irgendwie. Hm, na. Super, Fabi. Es hat da auch den Schritt oben erzählt. Ey, da ist ein Greenscreen. Wo ist ein Greenscreen? Ah, jetzt da. Hä? Voll für die Werbeeinnahme und alles Mögliche. Okay, wir haben es irgendwie verglitscht, glaube. Ja, wir haben... Schau mal, wie viele Aufrufe wir gekriegt haben. 6.500. What the fuck? Crazy. Nein, wir haben 1.500 Ketten, also wir haben 4.000 Aufrufe gemacht. 5.000 haben wir einfach so gekriegt. So, wir haben gerade das blaue. Min Simply the Wii Intro war einfach das Beste. Das muss das gewesen sein. Ding Dong. Ja, easy. So wird das Spiel da ein Spaziergang. Jetzt können wir uns noch ein paar Sachen kaufen, was vielleicht noch gut werden. Ich klemme einfach immer der CAI ab jetzt. Ich möchte schon ein gutes Endergebnis sein. Sagen wir mal, das Umarmen-Kofer, weil dann können wir das... Ich höre jetzt auf deine Konfettika da, oder? Dann können wir uns healen damit, oder? Ja. Hoch. Das Geld ist denn vor allen, gell? Ja, das haben wir gekauft. Was haben wir jetzt gekauft, ja? Schockstab. Ah ja, okay. Kannst du mich mit der Mane brennen? Oh fuck! Fick dich leb! Du bist selber drauf gegangen, oder? Hoffentlich. Hat die eine Batterie? Die hat Batterie. Die Konfettika ohne kostet nur 5 Dollar. Ah scheiße, fuck! Der hat Batterie! Du bist ein Idiot. Na! Ja, wir hätten das besser können, oder? Nein, nein. Trainings denke ich nicht. Ich hab mir zwei Sachen da jetzt. Also ich glaube, einmal kann ich noch drucken. Hey, du hast die Konfettika ohne Mikro. Ja. Nimm nochmal da eine. Die kostet ja eh nix. Ja. Ich hab dafür ein Galgen-Mikro. Da musst du aufpassen. Mit der Mikro bleibst du überall hängen, gell? Es packt sogar den Boden. Hallo! Das ist weg. Ich kann dir oder mit Schupf, oder? Oh nein. Der steckt unter Boden. Ja, was ich bin der König wird. Denn ich hab mir gar nicht einmal das Mikro gekauft. Grüß Gott im Vorarlberg. Was soll das gut? Hey! Hey, warten kurz auf mich. Ich muss noch meine Konfettika ohne mit. Ich mach auf den Laden. Halt in Ordnung. Von allen. Hat irgendeine Kamera? Ah, Mann. Ich hab Taschenlampe. Ich hab Taschenlampe, das Mikro und eine Konfettie-Explosion schon. Was hat der Vivi in der Hand? Radio. Jetzt eine Kamera. Ah, nice. Okay. Also wär ein Interview immer. Hast du, hast sowas wie Tadaa oder sowas? Warte mal. Was denn da habe? Nein. Der ist ja ganz gruselig da unten. Mehr so Applaus-mäßig. Ah. 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 Oh ja, das ist gut. Aber sind wir nicht oben? Ja. Wenn ich wüsste, wo das Loch ist. Hinter euch. Ne, ne, ne. Wo ist unser Start-Mikro? Ich da, ich bin da. Engel-Mikro. Ob ich da bin? Warte, ich bringe als erstes ab. Da ist schon was. Da ist eine Spinne hin. Oh, da ist eine Spinne. Uh, ja. Film. Warte, bist du ready? Ah, du hast den Tasor. Ja. Hallo. Sie sind unser Ersteuer. Es ist tot? Ja. Ah, scheiße. Ich bin tot. Ich bin gestorben. Ich glaube das reicht schon. Ja, landet euch doch nicht alle gleich voll. Nimm meine Sachen mit. Ja, aber weil die ganzen Items sind weg, wenn wir die verlieren. Ja, aber da ist das Start-Mikro. Nimm das Start-Mikro mit. Ich hab's mit. Das andere habe ich schon abgefeuert. Ah, ich hänge in der Netzflash. Ich wollte dir gratulieren, dass sie da 100 Stück Hunde ist. Und wo ist die Kamera? Ich hab sie. Ah, okay. Warte mal kurz. Ja, ich komm, warte. Ich komm, warte. Ich komm, warte. Ich hol schnell ein Wasser. Meine Lebe sind nur noch halb voll. Meine Hose ist halb voll. Oh, shit. Nein, nein, weg, 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 weg. Die sticht euch direkt ab. Kommen wir wieder zurück. Kommen wir wieder zurück. Hilfe! Wo sind die hier hin? Wieder raus. Ich rufe nicht rein. Nee, die kommt wieder. Oh, die kommt wieder. Oh, shit. Run! Na, komm, warte. Nein! Oh, shit, die kommt. Was ist das für ein komisches Geräusch? Ist das denn da unten? Wer weiß, wer weiß. Und dann genug Prozent. Sie sind jetzt hinterher abgegangen, oder was? 36 Prozent. Ich bin nur noch. Wir müssen, wenn da was amoderieren oder so, müssen da Globo ingame reden, weil sonst registrierte Spiele sind. Achtung, Achtung! Ich hoffe, sie kommt wieder. Boah. Was ist hinter mir? Au! Ich bin tot. Warte, jetzt muss man Markus Looten gar nicht. Können Sie sterben verloren. Oh, fuck! Ist der im Stab? Ist der im Stab? Ja. Ja, sie kommt rauf! Oh! Da ist das Licht. Da ist das Licht. Da ist das Licht. Ich hab Kamera. Ich hab Kamera. Da spinnt gut wieder. Oben ist nur die Spinne. Ja, ich glaube, wir sollten zwei Kmerzlimitärs erreicht. Also auf der Treppe liegt der Taser und unten liegt noch der Stab. Da Markus hat der Stab geht. Oh, fuck, fuck! Okay. Da liegt noch der Taser auf dem Weg irgendwo bei der Leiche. Ja, der sollte man eigentlich holen. Der war türen. Ja, ja. Aber die spinne ich jetzt vor der Kapsel. Ich glaube, sie ist. Ja, den fahren wir mal. Eine Kuh kannst du es wegkaufen. Ja. Ja, aber ich hätte gerne... Der Taser sollte man holen. Ist der Taser leer? Der ist leer, ja. Ja, ja, ja. Oh, wow. Hat sie wieder unnötig verbraten. Hat sie gut runtergekommen? Hat sie den Oberflaschen verbraten? Du musst sie outplane. Die Spinne ist auf der Stürge. Ja, wir sind oben. Kann ich mit irgendjemand weglocken? Ja, ich probiere. Ja, ich probiere. Ich bin geil, wenn sie sich einfach auf die Piste. Okay. Komm, 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 komm. Sie kommt runter. Ah, sie hat mich fest. Hilfe! Aua! 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 Wir opfern dich fürs Team. Ja, Kamera, renn bitte in die Kapsel. Ich bin Dad. Hi Dad. Hi Dad. Ich muss da auch wieder mehr. Aua! Sie ist in ihrer eigenen Scheiße hängenbleiben. Bin nun eh am Leben. Ja, ja. Da vorne wird gerade einer durchgenudelt. Man war schön, dass wir jetzt den Taser verloren haben. Und... Ey, ich hab den Taser und das Mikro. Ah, okay. Super. Ja, und das Stab-Mikro schon mit, oder? Boah, Krankenausrechnung. 4 Dollar. Das ist ja viel in den USA. Das ist aber nicht in Amerika. Wie droppe ich dann Shit? Boah, vielleicht sollten wir mal da so ein... Breaking News! Ja. Ja. Vielleicht sollten wir da mal so ein Intro machen vor einem Greenscreen. Ha? Ha! Idiot! Mh. Ha! 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 Ah, gute Qualität! Nice! Ho! Ha! Oh! It's Quenni! It's Quenni! The world used to be so fry! Das ist doch ganz richtig genug, die Schmerz. Autsch, Kuhni fell, ja. Oh, heute Nacht, wir muss. Ich bin dann gleich wann. I think Kuhni died. I had the Destruction Tutorial. Boah. Hast du dich gefilmt, wie du auftauchst? Ja. Ja, das war wichtig. Oh, da haben wir wieder richtig geholt. 1,2.000 war jetzt nicht so viel. Blauer Bettler schlaft sich hinten am besten. Sie haben schon gleich gemerkt, dass ich nicht dabei war. Und ich tue nie ein Händchen heben. Ding dong. Jetzt kann man voll gut einschlafen. Du tust schon nie ein Händchen heben beim Einschlafen. Okay. Nein, verschwende der Taser nicht, bitte. Muss ich dich nicht rühren? Ich kaufe mal eine Konfetti-Kanone. Alter! Ich habe mir das Mikro. Das nehme ich auch wieder gern, wenn du nicht willst. Ich bring gern der Bruno oder Mikro, Mann. Hey, ich habe mir meine Konfetti-Dinge weggehalten. Ja, gehst du, ich kaufe. Das ist wie ein Rollerbisch. Haben die jetzt 700 Dollar direkt ausgegeben, oder wie? Ja, 200. Nein, aber wir haben alle insgesamt um die 700 jetzt geholt. Also, ich habe nichts gekauft. 200 irgendwas haben wir geholt. Ja, ich habe auch gewandt, nicht so viel. Jetzt Stab-Mikro oder Mikro von der Konfetti. Stab-Mikro, aber schon geholt. Sollen wir bloß probieren, ein Intro zu machen vor dem Greenscreen? Ja, vor dem Greenscreen könnte man schon mal was machen. Was ist denn da hinten? Aber die Kamera liegt da hinten. Könnten wir uns überlegen. Breaking News. Was ist das Motto vom heutigen Video? Wir bleiben fit. Warte mal kurz, ich schau grad, wenn das Sahara oder Space oder... Breaking News. Breaking News. Warte, es dauert noch kurz. Was? Was? Wie viel? Da haben sie irgendwelche Google-Fotos... Scheiße! Die Diagramme sind geil. Das ist mir kurz vorgekommen, wie das Intro von der Big-Pang-Theorie, wo die ganzen Bilder durchstehen. Ja, das wäre so noch gewesen. Okay, warte eben. So? Hab das Mikro bitte richtig schlecht ins Bild, König. Das musst du richtig innenhängen, blöd. Ja, genau. Wir sind ready, jetzt kann's losgehen. Jetzt kann's losgehen. Sind ready. Au, das schlechteste Intro aller Zeiten. Drei, zwei und dann Bumm, schon weißt du. Ich hab keine YouTube-Erfahrung so wie ihr. Ja, hier sind doch die YouTube-Erfahrung. Ja, ich bin der Audio-Heini. Ja, ich bin der Audio-Heini. Ich bin der Audio-Heini. Ich bin der Audio-Heini. Ich bin der Kameramann. Ich bin der Kameramann. Ich bin der Bruno und ich bin auch dabei. Ich bin der Bruno und ich bin auch dabei. Weißt du, hätten wir was g'seht, hätten wir uns schon was überlegt. Überrufbarst. Ah, da geht's hier die radioaktiven Fässer, oder? Ja, da geht's ab, da ist schon los. Was ist mit der Lichtquelle da los? Ich hab'n Knochen in der Hand. Wie hörsch'n, die eine Pumpe da? Ich hab'n Taser. Wer hat die Kamera? Boah. Ich hab'n Kamera. Okay, warte. Lass' ihn weg. Brutal. Was ist das lag? Der Bass f***t brutal. Achso. Wir wollen Bass. Bass. Was geht denn, Alter? Alter, Moment, ich muss den Torn abtun. Links ist die Scheibe. Das ist ja weh mit dem Ohr. Ich hab'n 50 abtun, aber sogar dann vibriert's nicht mit dem Ohr. Ah, das ist kein Scheibe, Jungs. Ja, aber da geht's nicht weiter. Da komm'n Stiergabel. Kann man abspringen? Ja, aber willst du echt das Loch ab? No risk, no fun, oder wie? Was ist das letzte Mal passiert, wo wir das Loch abtun? Ich hab' stundenlang einen Werk gesucht, bis ich wieder hochkomme. Was ist deine Meinung? Uh, uh, uh. Ich glaub'n, der fällt da jetzt gleich ab. Warte, ich geb' dann einen Stoss, okay? Ja, pack'n mit dem Arsch auf der Kante. Schade. Ich wollte mit dem Mikro jetzt abtun. Hey, 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 hey. Weh! Wir haben einen Soldscher... Kann er doch nicht. Ja, was tun wir jetzt? Verschwenden wir nicht den Sauerstoff da! Ja, ja, dann, geh'n wir. Da geh'n wir die Stiergabel. Binden wir wieder hoch. Ihr wisst nicht, wo die ist. Ander der Basse! Das gehört, damit es bedrohlich ist. Everyday am Schaffen, Lid. Da kommt kein Bass vor, aber ja. Also jetzt mache ich ein Intro, ich hebe das da noch mal. Genau, da finden wir garantiert wieder auf. Wer ist der blaue? Hallo. Wir sind heute hier auf der Titanic. Und wir finden sicher noch Jack und Rose. Wir sind einfach da die Gänge entlang. Ah, mein Akkoll. Ich bin wieder weg. Er ist auf mir. Ja, du hast einen Taser, du hast mich auf geschubst. Oh mein Gott, er vergewaltigt dich. Filmen, filmen. Hallo und herzlich willkommen. Sie sind der eine-millionste Customer. Ich bin tot. Ich bin tot. Der hat mir dreiviertel Leben gezogen. Der ist auch gekommen. Ich bin tot. Ich lebe noch. Hast du Kamera gehabt? Nein, ich habe den Taser gehabt. Oh, ich bin tot. Jetzt müssen wir die Kamera irgendwie holen. Er kommt noch, er kommt noch. Zum Tisch gehen wir runter. Das schaffen wir schon. Oh Gott. Ich gehe, ich gehe. Ich habe die Kamera. Nice. Was? Ich komme mal wieder zurück. Ich bin mit der Map abgestürzt. Ich bin wieder bei der Treppe. Ich habe den Taser gehabt. Ah, der König in der Dusse. Wow, crazy. Wie haben wir das überlebt? Scheiße, ich habe vergessen. Ingame zum Reden. Oh, shit. Hat was Großes vor mir. Oh, shit. Wow, crazy. Wie konnten wir das überleben? So, jetzt. Wir haben ein kleines Ding. Wechseln. Mami. Okay, wenn du rauskommst. Ich komme dann. Ich höre euch. Ich höre euch. Ich höre mal zumindest an und fahre euch. Irgendwer ist der gerade hergeschlagen worden. Wie ist der? Oh, jeder kommt zu mir. Wiederschauen. Ja. Er ist hinter dir. Kein Problem. Yo, 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 Leute. Wie ihr seht, bin ich richtig am Arsch. Oh, er rennt. Was ist das so? Was ist das so für ein fetter Blob? Wie, wer ist hinter dir? Und der Blob geht ohne. Woah! Ich bin, ich bin, ich hab schon noch. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin geschleimt. Ich bin, ich bin geschleimt, ich bin, ich bin geschleimt und vermöbelt. Also, Vivi ist sowas von tot. Bei der Hund wird geraped. Bei der Hund wird geraped. Bei der Hund war der Schwengel. Das wäre irgeseg kein falscher Anuja, pass. Bin ich der Letzte? Ah, wie wie? Bah, Konfetti. Ecke, geht's abwärts. Mit einer 39%. Ok, ja, ich hätte Ausgang über den Konto wieder. Ich bin schon beim Ausgang. Ok, warte, komm. Ich komm, komm. Irgendwie habe ich das jetzt überlebt, dann weiß ich nicht wie. Ich weiß auch nicht wie, man. Ja, kurz da her, ich fähle schon mal, wo du herkommst. Wo kommst? Direkt nach unten oder von oben? Gerade vom Eingang. Von oben, ja. Wow, crazy, wie konnte der Vidas überleben? Nein, du musst leben. Verstand die Nebs mir auch nicht, dann können wir ein Auto machen. Du musst leben. Warte, wo bist denn du? Ey, ich sehe dich nicht. Versteckst du dich gerade von mir? Achso, du hast die Hose gesperrt, du Sau. Ich wollte einen dramatischen Abgang im Film machen oder so. Warte, warte, warte. So, so. Ok, nice, Sieg an. Tschüssi, wieder schauen, reingehauen. Also, komm. Jetzt darfst du ein Outro aus. Okay, wenn die Malziner wird. Mein Hund versteckt. Warum rennst du jetzt weg schon wieder? Nein, ich mache ein dramatischer Eindaufmahl. Ok, du läufst hin. Ok, warte kurz. Drei, zwei, eins. Aber du musst In-Game reden, gell? Drei, zwei, eins. Let's go. Ich glaube, die W hat da einen Schlaganfall. Es ist mir Zeit, aufzutauchen. Was war denn das für ein Zustand? Ich glaube, er wollte Trauer simulieren. Trauer. Ich glaube, er wollte irgendwie so sagen, dass er den Schädel von einem Kollegen mitgenommen hat. Der Ehe kostet uns auch noch Krankenhausrechnungen. Ja, wirklich. Warte. Warte, wer von euch ist da jetzt Host? Vielleicht muss der die hineinwerfen. Der Lebe ist Host. Warte, ich hab's von euch nicht geworfen. Achso, ja. Der Fabi darf ja nicht hinstecken. Das ist, was sie sagt. Testo. Ich werde die hineingeschmissen. Achso, die liegt am Boden. Jetzt da. Ah. Wo hättest du? Ah. Wer hat denn die CD, hä? Wollen wir noch eine zweite Kamera oder so? Ist ja nur das. Ne. 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 Geht die Scheiße, hä? Da innen. Ja, ne. Ist gemein. Entschiebste. Ja. Was hast du, was man dir also aufgenommen hat? I wish I had also friends. Oh no. So good. Komm mit dem Mikro. Jetzt kann es losgehen. Ghost, ghost ist wrong. Oh, die Fuse 7000er. Ich denke, ich kann erst rollen, Uwe. Unterwand steht. Wow, crazy, wie konnten wir das überleben? Yo, 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 Leute, wie ihr seht, bin ich richtig... Am Arsch. Ich glaube, die W hat einen Schlaganfall. Es wird Zeit, aufzutauchen. Ey. Mit den Händen haben wir ein Schlaganfall. Ja, nice. Ah, blaues Bettchen, scheinbar fein. Komm mal ins blaue Bettchen. Wir tun aber Händenheber, gell? Wenn man ins Händen sind, dann liegt das am besten. Es müssen noch vier schlafen. Schau, ich war gerade unten im Erdgeschoss. Und es hat einfach Wetter getan. Wir haben 300. Sollen wir mal abstimmen? Also jeder darf sich mal so Kanisterkanone kaufen. Die kosten ja nix. Wer hat das meine Kanone geklaut? Warte, ich hol da noch mal rein. Ich bestelle gleich noch mal rein. Aber der Taser ist echt gut. Ja, wir sollten eine Umarmung kaufen, damit wir uns einfach für Healing umarmen können. Und dann können wir wieder Schabernack machen. Ja, ja, lebe. Hast du es probiert, gell? War schwer, Mann. Aber ich hab blöd, wenn du zu langsam bist, gell? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ja, ja, du schon. Ich hab nicht mal einen Umarmung geschreit. Okay. Na! Wie hat das mir in die Taschenlampe gefladert? Na, da sind die... Da wird genug gestohlen. Ich hol mir jetzt noch mal so Konfettikanone, wenn ich alles schon habe. Das ist kein Problem, ich hab dir irgendwo hinter die liegt. Aber nice try. Oh nein, der wird auch noch vom Becker erschlagen. Ja, jetzt meine Taschenlampe hat sie fix. Ja, der Lebe klaut alles. Ich hab's genau beobachtet. Vorigen Kanonen hat er klaut und die Taschenlampe hat er klaut. Da brauchen wir noch was, wie schon oben aus aktuell. Ja, 170. Ja, irgendwie haben wir uns jetzt die Kamera mitnehmen. Das kann ich schon. Können wir uns jetzt alle... Ähm... Ich hab mal die Kamera mit... Können wir uns jetzt alle umarmen oder kann das nur der Markus? Nein, das kann nur ich. Das kann nur wir mit anleiten. Ah, okay. Super lab. Warum haben wir das jetzt schon benutzt? Ich hab's denn nicht benutzt. Achso. Lab hat's benutzt. Alter Lebe, ich bestell dir noch mal eins, okay? Na lass es. Ich hab hier noch eins. Achso, ja dann. Achso, gleich zwei nochmal. Na, der Hund ist reich. Willst du vielleicht noch ein Mac-Menü dazu, ha? Immer nur dreisch da mit euch. Ah. Oder wenn da wieder Intro du sie vor dem Greenscreen machen? Oder lieber nicht? Können wir vor der Kapsel machen. Uh spät. Uh spät. Waren wir einfach vor der Kapsel Intro. Okay. Oh mein Gott. Boah. 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 Okay. Stellen wir euch da mal alle vor die Kapsel. Und unser Intro ist so. Ähm. Warte, ich schau, dass da alle drauf sind. So. Also, was sollen wir für Themen machen? Oder wer will das Intro machen? Oh, du hast Kamera. Ja, aber warum sind die das Intro machen? Es sind ja auch noch vor der Kamera, statt ihr redet. Du bist YouTuber. Also, Film. Okay. Hallo. Und heute haben wir sehr viel Spaß beim Sterben. Und Wiedersehen. Warte. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Keine Ahnung. Du hast doch jetzt eine Frau geschrien, oder? Ja, das hab ich auch gehört. Und so richtig hin gerülpst. Das hab ich gesehen. Ist das ruhig. Fuck, der Bastard. Das ist ja gerade ruhig. Richtig alt. Da müssen wir uns nicht verlaufen. Da springen wir doch nicht runter. Oh, da kann man wieder runter, oder? Nee, aber nö. Soll, mit Space kannst du ja springen, oder? Wow, irgendjemand schirpt wieder runter, die ganze Zeit. Doch, du kannst da mal. Okay, ich bin tot. Du kannst ja schon wieder runter, oder? Ja, ja. Das geht sich locker aus, guck. Oh, da ist ja. Ah, eine Boxing-Maschine. Ah, der Slenderman. Ah, der Mixer ist was. Der Mixer ist was. Der Mixer ist was. Was ist denn da unten, oder wie? Ja, ja, ja. Oh ja. Der Mixer ist in irgendeinem Gefahr. Boah. Wurde ich meine Healing? Ich dachte, ich hab maximal den Arsch auf. Ich brauch gar nichts. Ich glaub, der Mixer. Wo ist er? Wir sind immer noch beim Abgehen. Da in der, da in der Ecke packt er. Kaschina Kulé, bist safe. Wie viel Damage macht er? Ziemlich viel. Genug. Ah, shit. Ne, was willst du für Farbe? Ich bin rot. Irgendwo hab ich meine Taschenlampe verloren. Willst du das mit dem P? Ja. Warte, dann lass mich, können wir mal den Lib filmen, dann kann ich ihn mal umarmen. Warte. 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 Der Mixer ist gerade von der Maschine umgeschlagen worden. Wow. What are you doing, man? Wow, fuck. He died. Der kann eigentlich nichts tun, glaub ich. What the fuck. Okay. Also wer, wer umarmt da jetzt vor euch? Wer denn? Ja, ich würd gern der Lib umarmen, aber das geht nicht, weil der Farbe will, der lebt die ganze Zeit vorabisch. Okay, wer vor euch ist der wer? Ah, du bist der mit dem Ding? Welcher ist der Lib? Ah, das bin nicht ich. Das ist der falsche. Ich bin nicht mit der Kamera. Ich würd das nur gern filmen, während unter mir der... Ich glaub, da sind gerade zwei Leute da abgefallen. Warte. Wer hat die Umarmung? Markus. Komm mal da zu mir her. Aba. Aba, Aba. Ja, ich hab auch wenig Leben. Oh, herzlich willkommen. Ah ja? Sie sind der 1000. Customer. Ey, es geht wirklich eben voll. Wirklich Leben. Oh, warte. Da, ey. Wow. Was für eine Gruppe am Umarmung. Ja, der Mixer ist gerade rausgetest. Ja, sollen wir da mal an dem Vorbeirennen oder wie stammen? Warte. So. Wo ist der Markus? Hinter mir einfach das Grauen in Person. Holy shit, who is it? Kannst mich mal hin, Markus. Is it Mixer Man? Is it Mixer Man? Ja, nice. Das ist voll gut. Ist das süß? Da oben ist ja auch ein Mixer. Oh, Papp. Hörst du das Ding nochmal? Hörst du das Fertigkochding nochmal? Da ist noch der Große ohne. Ich bin raus. Oh no. Da sind sie alle. Da kommt ja alles. Wie gehts? Wie läufts? Der Mixer packt in der Luft. Oh, da ist schon der andere auch noch gekommen. Ja, der Mixer packt in der Luft rum. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Dreck. Wie viele Kameras haben wir noch? 59. Ja, weil wir sollten langsam wieder zurückgehen zu Kapseln. Tschüss, Bro. Oh, bei dir dreht sich wohl alles im Kopf. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Die Schlank kommt da runter. Oh nein. What the fuck. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ich glaube. Ah, der Mixer ist runtergefallen. Ich habe ihn aus der Map rausgebetet. Aber da schaut noch einer vor uns. Tschüssi. Da sind zwei Mixer umeinander. Ja, oben ist noch ein Mixer. Aber der ist jetzt voll aus der Map rausgetestet, wo wir alle wollen. Ist eh gut. Oh, da sind zwei mittlerweile. Zweimal gemixt ist nur einmal gewixt. Aber da unten können wir eigentlich richtig viel machen, weil da können wir mit der Kamera einfach auf das Regal stehen. Ja, ich bin gerade auch. Nein, lass mich. Göni, lass mich nochmal Sacki, Sacki machen. Okay, ich film auf die. Aber komm langsam wieder zurück. Ich glaube, der will die gar nicht treffen. Oh, bonjour. Sie sind es. Numero 1. Oh, shit. Oh, ich bin dead. Können wir uns mal auch hinten lassen. Oh. Aggressiv. Fällt mir wie die Leiche. Wiederschauen. Da oben ist schon wieder so fettes Viech. Wiederschauen. Lass es auch berennen. Achtung, das kommt von oben. Oh, no. Ich habe nur noch 10%. Ja, wir sollten jetzt eh langsam wieder zurück. Ja. Ja, da ist schon fettes Viech hoch. Wenn ein Viertel lag, also ein Viertel Luft. Oh, Sacki, Sacki. Hallo. Schlucki, Schlucki. Hey, warum haben wir nicht zugemacht, ihr Zippelkuhl? Boah, ich bin auf den Stab weggeflogen. Ihr Kleiner. Nehmen wir mal den mit. Ja, nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Ich habe nur einen Spei. Er guckt glaube ich nicht innen. Ich habe nur einen Spei. Oh, die kommen innen. Nein. Ja, passt. Okay. Wenn du sehen, der Schnecken, man. Der Arme, den ich zu Hause entrissen. Ah, er ist weg. Schade. 7 Dollar. Na, 17. Ich habe gesehen. Bist du wahnsinnig. Aber den Mixer steckt man im Arsch, also. Nein, denkst du mir. Ah, der ist begrenzt. Ah. Ich könnte da bitte weggehen. Das macht da so ein komischer Flip, wenn ich da alle davor stand. Der Lab kann das nicht auf sich hocken, aber schon so. Jetzt sind wir hinter drauf. All easy. Ich habe sie. Ihr sind doch so zwei Eierköpfe. So schwierig ist das nicht. Also auf auf Spöktube. Hallo und heute haben wir sehr viel Spaß beim Sterben. Oh, der Slenderman. Oh, das war... Wer hat denn da so geschrien? Echt du, Fabi? Das war ich. Das ist brutal gesehen. Hallo, herzlich willkommen. Sie sind der 1.000-Stück-Customer. Wow. Was für ein Lieblingsarbe. Leblingsarbe. Einfach das graue Inker so. Oh, shit. Du is ich. Diese Knicks am einen. Ups, wie geht's? Wie läuft's? Wie läuft's? Wie läuft's? Wie läuft's? Wie läuft's? Und bei dir dreht sich wohl alles gut hoch. Er hat 12k-Aufrufe. Bitte helfen Sie mir, ich bin hier in Gefahr. Alleine, dass du geredet hast, hat uns jetzt 2K mehr Views gegeben. Das war die perfekte Aufnahme. Wir haben es schon geschafft. Ja. Hallo. Ja, wir brauchen noch mal 20K, oder? Ja, wir haben eine Tür aufgemacht schon. Ah, Video auf Desktop speichern, das brauche ich. Ich muss schauen, wo mich gepusht. Kann man das? Echt jetzt? Echt jetzt? Einen Schäbchen kann ich gar nicht zum Übertreffen. Hat er der Epper echt das Bett geklaut? Ja. Oder sieben Zwerge? Ja. Ist das wahnsinnig. Jemand hat in meinem Bettchen geschlafen. Einen Scheiß blau drückt doch eh. Somebody touch me a Spaghetti. Somebody touch me a Spaghetti. Somebody touch me a Spaghetti. Ich muss kurz 5-10 Minuten Pause machen, wenn ich es erwischt. Komm gleich, okay? Okay. Da hat es ihn wohl erwischt. Das war das Schlechteste mit dem Wort jetzt überhaupt. Ah, das will ich nicht. Ihr Wichser. Sondervoll. Jetzt lab ich kurz den Konfetti kaufen. Ganz kurz nur. Ja. Ja, okay. Dann nicht entfernen. Das Training 2 ist ziemlich durch. Ich bin ja nur eine 80 Dollar verfickt. Ich bin 400, okay? Ey, irgendjemand eskaliert einmal brutal mit mir halt. Ja. Was war da überhaupt denn an Schockstab? Ich wollte einfach nur so billige Konfetti-Ding für 5 Dollar. 5! Können ich? Schau mal zur Kapsel. Schau mal auf den Kran rauf. Kran rauf. Ah, ja. Ich habe gar nicht gewusst, was ich rauf kann. Warte, ich mache ein Interview. Und? Mr. Felix Baumgartner. Wie fühlen Sie sich nach diesem Sprung? Warte, warte, warte. Da will ich auch eine Kaffettikanaana auf. Ja, wir haben noch 15, ey. Der Bull hat Ihnen wohl nicht so viele Flügel gebracht. Was sagen Sie dazu, Mr. Baumgartner? Ah, warte. Ich habe die Kamera nicht. Warte, ich kann schon einmal die Kamera machen. Okay. Okay, warte. Ja, die YouTube-Erfahrung hat uns gerade 20k Aufrufe bekommen. Warte kurz. Also, für euch ist der Kran rauf schon Richtung rechts, so 45 Grad. Okay. Warte noch, warte noch. Ich mache so ein Ding. Ich sage, wenn es losgeht. Eins, zwei, drei. Und heute Felix Baumgartner im Studio. Hallo, hey. Servus. Überraschend. Servus, Kalle. Servus, Kalle. Felix Baumgartner direkt ins Studio. Von der Umlaufbahn direkt ins Studio. Stell dir vor, so ein klassisches Servus-TV. Wow, weißt du? Ja, ja. Die hocken total im Hangar 7 und dann so. Servus, der Baumgartner Michlisch, oder? Servus. Sind alle die Moves drauf und ich bin einfach nur Bruno, der Kameramann. Das Problem ist, ich kann nicht gleichzeitig filmen und starte ein Mikrofon. Hast du noch einen Slot frei? Du kannst mir ein Mikro, sonst gebe ich nur eine Taschenlampe. Gut. Das ist das Kack. Ich hab schon her, gell? Warte, ich möchte es. Muss ich es aktivieren? Ich schau grad, ob ich die Kamera... Ah, jetzt hab ich die Kamera auf 1 passt. Nein, nein, musst du einfach nur in die Richtung heben. Dann funktioniert das anscheinend schon. Muss ich hinter dir laufen. Weil wir haben es echt geschafft, auf 0 Dollar zu kommen. Machen wir noch ein kurzes Intro mit dir unten. Das schauen wir noch kurz einmal an. Wir brauchen einen, wir brauchen einen von euch zum Interviewen. Bitte? Der muss kurz da herkommen. Geh mit dem Mikrofon ja so... Stell dich vor, stell dich vor... Film mal, König. Filmst du? Nein, noch nicht. Nein, komm jetzt her da. Ja, ich spring ein bisschen rum. Okay, ich bin gespannt. Filmst du? Ja, ich sehe es, wenn du lernst. Bitte hau mir nicht in die Kamera. Fuck. Okay. Genau darum habe ich gefilmt, weil es sich nicht ausgeht. Also, jetzt komm her schnell durch. Warte, machen wir die Kurzversion. Jetzt filmen wir. Warte, warte, noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Okay, komm mit dem Mikro. Komm gerade... Nein, nein, nein. Also, nein. Also, du bist nicht rum. Nein, ich meine, der mit dem Mikro. Also, der mit dem Mikro. Mehr Mikro in die Mitte. So wie es gehört. Uffe, 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 Uffe. Ja, passt. Okay, Markus. Aber du musst sagen, unsere Views sind ausgedürrt wie die Sahara. Bitte schalten sie ein. Okay? Okay. Eins, zwei, let's go. Unsere Views sind ausgedürrt wie Künis Muschi. Bitte schon unsere Videos. Ist das scheiße. Bin ich gerade durchs Blick gelatscht oder wie? Ja, das auch noch. Professionell. Zum Glück. Ich hätte eigentlich so direkt vor Kamera laufen müssen. So, Hasan. Hasan. Zum Glück haben wir einen Greenscreen wie so richtig professioneller YouTuber. Ja, wenn Fabian ein wenig Furt ist, holen wir noch was zum Essen. So, der ist ja noch Furt. Ja, dann. Wir haben nur noch 79%, gell? Oder halt 79% Prozent Speicherplatz. So. Jetzt. So. Markus hat sich gerade was zum Essen geholt. Ist das schlecht? War der Timing. Jetzt ist sicher eh nur Chips. Der Kug. Wer war jetzt da wieder so lustig? Der Lebe, oder? Uhu. Uhu. Wie sagt man das ganze Geld ausgerber? Weil du nicht da wachst. Uhu. Jetzt sind wir auf Null als Abitur. Also, ich hab auch Konfettikanonen gekauft. Das war's. Ich hab zwei Konfettikanonen gekauft, weil man mir eine geklaut hat. Ah ja, geil. Und wo ist der Rest angegangen? Ihr könnt ja mal... Druck mal alle eins, zwei und drei. Den siehst du schon, wer da was gehöriges in der Hand hat. Dann wer nicht. Ich hab eine Taschenlampe und die bin ich verfordert. War das zuverlegte Taschenlampe? Hey, Druck mal eins. Die 400 Euro Taschenlampe? Ich hab gar nichts. Ich hab die ganze Zeit da mal gestanden. Die war auf dem Klo. Ja, ja. Wie wie ist das zufällig die 400 Euro Taschenlampe mit dem extra grossen Kegel? Genau. Vom Kegelverein. Jetzt noch kurz warten. Kann man eigentlich, wenn man da hinten ist, den Sauerstoff wieder auftanken, oder? Und dann wieder reinigen? Okay. Schade. Das haben wir noch nie probiert. Aber ich glaub nicht. Ich hab gemeint, dass das Feuer geheilt hat, wo man reingegangen ist, aber... Was haben wir heilt? Wir haben ja schon 40 von 39k. Ja. Ich hab vorher gemeint, wir haben für einige gehabt. Nein, nein. Die hat's in einem Fall noch nicht dazu gezählt. Die hat's in einem Fall noch nicht dazu gezählt. Nein, nein. Das Stab-Mikro haben wir schon seit Runde 1. Das hab ich am Job von mir. Also, wo ist das Geld auch nicht gegangen? Ich hab wirklich nichts. Ich hab echt eine Taschenlampe und noch eine Konfettikanone gehabt. Ich hab die Kamera und das Konfettikanöne. Ja, das könnte schon wieder irgendwo noch der Taser dabei haben. Vermutlich. Irgendjemand hat mich gerade auch nicht geschockt vorher. Ich weiß genau, dass es wieder der Leber. Also, sollen wir dann... Boah, wer hat da so eine Fackel? Ja, okay. Der kostet 20. Der kostet 20. Die kostet 20. Wuuu. Hab kurz, hab kurz noch was. Aber da kann man ja nicht den Boden irgendwie durchbrechen. Äh, ja mit C4 vielleicht. Ja, wenn wir uns einen anderen Weg suchen. Kommen wir mal da rum. Schaut aber echt aus wie so ein verlassenes Schiff. Das ist ein Schiff. Was? Oh, du hast die Fackel verloren. Schau mal zu mir in die Kamera und mit dem Gerippe. Crazy. Ungruselig, Alter. Voll krass. Ah, jetzt. Boah, scheisse. Scheisse ist das. Scheisse ist das, Lott. Wo ist der Rest jetzt? Also... Dann hast du vielleicht was aber still mit euren Zustände. What the fuck. Hä, wo sind ihr hin? Äh, irgendwo, kein Herrn. Wir sind beim Schiff. Irgendwas hat mich gerade kurz geschnappt, what the fuck? Der Leib hat den Stab, ich hab ihn genau gesehen. Er hat den Schockstab gekauft, den 400 in dem Fall. Wo sind die auch, ne? 1, 2, 3, 4, 5, wir sind alle da. Haha, wir sind doch 6, oder? Wir sind vom Schiff oben. Ok, reden wir. Warte, ich hol dich schnell. Einfach, wenn beim Schiff vom Schiff... Ah, da sind wir. Servus. Da können wir keine Zellen und da können wir auch eine... Äh, äh... Ich glaub, Arneke filmt das nicht, aber... Ja, das stimmt, die kam bei unseren Würfellängen auch mal. Ich wollte das nicht richtig. Bei unseren gemeinsamen Würfelabenden, die wir verbringen. Was ist da? Ah! Oh ja, die Lanze ist da. Oh oh, oiuiui! Ah, ich hab sie auch nicht tasert. Wiederschauen und reingehauen. Ja, wenn der Freund dahinten gelehrt ist. Hahaha. Richtig sauer. Ich bin ein Lügenbär, ne. Oh, eine Krise! Au! Da bin ich gekommen und hab ich nicht gestochen. Oh, das hab ich nicht so gemögelt. Mach komisches sowas. Sie lacht mir... Sie lacht mir... Sie lacht mir... Leider nicht selber heilen. Dann muss jemand anderes die Umarmung ja... Mhm. Da ist die Penetrationszentrale. Aber da kann einer mit einfach durchlaufen, oder? Da ist der Kleine. Interview. Okay, warte. Wie viel Leben hast du? Das war nicht schlecht fürs erste Mal. Warte mal. Das passiert gar nicht. Warte mal, ich hebe ihn mal drauf, König, da auf das Rädel. Auf welcher? Auf das Rädel? Warte. Eins, zwei. Der Boy wurde getasert. Don't do this at home. Verdammt. Das tut gar nichts. Das war nur... Das war nur... Jackass. Was liegt da am Boden? Er ist auch noch gestorben. Da ist der Kleine. 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 Oh shit. Er ist schon weggegrenzt. So schnell kann ich gar nicht filmen. Ja, aber film ja die Leiche. Das gibt doch noch Cash. Wo ist da eine Leiche? So. Wer ist das? Oh nein. Oh nein. Warte, mag jemand was dazu sagen? Warte, wir machen das jetzt ganz professionell. Oh nein. Wir machen das jetzt ganz professionell. Wo ist unser Startmikrofon? Ja, wo ist unser Startmikrofon? Ach so. Entschuldigung. Komm mal her da. Der Vivi will jetzt noch die letzten Worte zu unserem Kollege sagen. Okay? Also. Eins, zwei, drei. Ja. Ja. Das war ein Kollege. Ich hab ihn noch mal Welle erwischen. Aber dann ist er rum über den Zaun. Wie rum wie eine Katze. Gefunden habe ich mich tot. Das war gut. Das hat mir gefallen. Das war... Das war... Ja, aber der tut niemandem was. Das war... Ich spiele gern Darts Niveau. Und hier geben wir den Taser. Wie der Wischen, der Wischen. Der Wischen. Der ist schon leer. Ja. Kommen wir mal Richtung aufwärts wieder. Wir haben eh schon mehr. Wir haben eh schon mehr. Der Wischen. Ja. Wir können da wieder aufwärts. Wir sind ja da vorne. Na, da ist auch was zu. Oh. Da ist Stecke zu. Ah ja. Womit springen? Ja, dann schauen wir jetzt mal, dass wir irgendwie aufwärts kommen. Ah, schade. Ja, langsam mit mir aufwärts. Dann müssen wir den Weg wieder zurückgehen. Eigentlich ist der Magus gestorben. Ja. Wer ist denn da gestorben? Ja. Es tut mir leid. Ich finde den Bass so krass da drin. Ich muss echt das Headset ab. Bist du am Bass gestorben oder? Du hörte die Lautstärke aber. Nein, ich bin in der Glocke. Ich warte vorher. Oh, 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 oh. Schuss, weg, 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 weg. Warte, ich will da drauffilmen. Weg, weg. Nein, da willst du nicht drauffilmen. Bon Gionos. Wer hat die? Scheisse. Bon Gionos. Ah, da ist ein Eck, da ist ein Eck. Boah, ich bin grad noch weg. Ja, wir müssen raus. Ja, wer blockiert mich da? Ich habe fette Sau gekocht. Ah, 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 ah. Wir kommen wieder zurück, wenn wir raus sind mit der Kamera. Ich probier's, ich probier's. Ja, ist das der Weg oder wie? Ich weiß das nicht. Ja, bei mir gerade so fällt. Ich hab Mus-Tricks, ich hab Mus-Tricks! 360! 360! Let's go, let's go! Ja, dann gehen wir einfach, es muss nur Kampf schaffen. Ich bin schon, ich hab's da, ich bin da. Ich hab einen 360, das sind noch nicht gesehen. Alle meine Fortnite-Moose habe ich ausgepackt. Ach schon, ich hab seine Mutter beleidigt, oder? Nein, nein, das tue ich noch in Counter-Strike. Ah! Ah! Was? Tschüss, tschüss, Mama Mia! Ah! Ich werd knoppelt, ich werd knoppelt! Hey, mach die Tür auf! Jetzt ich rein, wo wir! Hilfe, Hilfe! Ah, sie steht noch, sie steht noch! Oh, fuck! Oh, fuck, fuck! Ich bin tot! Mein Umarmungsding ist jetzt hier weg. Ah, nein. Da liegt's, ich hab's, ich hab's. Ich hab's. Ich hab noch nur ein Prozent. Zuh! Hör! Wird das schon der Viking? Ja, ich hab's mitgenommen. Nein, ist das Kacke, manchmal. Hopp! Ernst da. Da wo ist der? Wer will das? How to hug? Ich. Oh, warte, jetzt geht's wieder los. Ich hab die CD. Jetzt kommt wieder die neue DVD da. Ich muss unser Intro anschauen können. Das war super. Ja. Hab ich sehr lachen müssen. Ich hätt jetzt normal reden. Nein, das war super lustig. Der Retter ist weg. Hallo! Hey! Das ist eine Überraschung. Ah, das ist ja, wo ich durchs Bild lauf. Die sind ausgedürnt wie Künis Muschi. Die sind ausgedrückt. D zuhren unsere Videos. Deine Erkundung. Crazy. Wiederschauen und reingehauen. Da bin ich gucken und bist gestorchen. I've never tasted. Das war nicht schlecht fürs Erste. Ich wundere, ob Fabi... Der Woll wurde getasert. Oh nein, oh nein! Fabi, guckte. Ich bin mit tot. Da hab ich einen Weller, der Wisch. Und schon noch. Let's go, let's go! Mach die Tür auf! 5.000. Das war crazy. Das ist ein Schräger. Oh, drei Tage für 128k. Ehebruch. Hey, die Konfettikanone hat sich wieder aufgeladen, kann ich sie? Ah, da dürfen wir sie gar nicht wegwerfen. Schau mal, in meine Hand ist die aufgeladen. Ja, die ist aufgeladen. Ja. 1.000. Aber die Konfettikanone wird sich in irgendeinem Fall wieder aufgeladen, wenn man sie heben wird. Ja, das muss nicht gut laufen. 1.000. Was fällt denn Sinn? Ach, die Klappe ist gut. Oh, die Klappe ist gut. Wenn... Sollen wir wieder eine Intro machen? Können wir eigentlich, ja. Was soll das Thema für dieses Mal sein? Mach mal eine Intro, komm. Ich weiß nicht, was ist das Thema für dieses Mal? Ah. Schau mal kurz, was haben wir denn da? Face. Boah. Aber wir müssen alle rechnen. Nein, tschüss. Echt? Ähm. Ups. Wir könnten... Weit entfernt wie der Mond ist doch unsere Entfernung zu... Äh. Mir fällt grad nix. Ich warte mal. Ah. Oh. Ich bin hart am Buckler wie am Bucklwald. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte noch kurz, der Vivi macht nachher die Klappe. Ich f... Sag aber da vorne 1, 2, 3, okay? Doch. Warte, eins. Doch. Warte, kann... Kann man die Liese mal entfernen, oder? Also. Eins. Zwei. Klappe, bitte. Bucki, warte, Dickwurm. Binder, Markus, ne bit upfall. Hhhhhh. Hhhhhhhhhh. Hhhhhhhhhh. Hehhh. Hehhh. Das war ziemlich scheiße. Hehhh. He. Das war frasch wie wenn man so Videoindro hat, wo sich das Logo dreht und so Musik im Hintergrund das klingt nicht gut ich habe gar keine stamina mehr warte mal wer hat das mikro ich habe das mikro da ich glaube wenn du ins mikro redet ist es für mich einfach immer gut fürs ding ja und alle und alle geräusche sind viel lüter also das mikro am besten immer aussagen oh simon da ist dein ding wo es die sommer gewirbelt hat soll man ein video machen normaler wirbel video dann kam die ja der marcus kann die erhealen wo wildscharne gar okay also ich bin ready ist er vorerst da okay warte ja mit der klappe ja ich bin bereit oh no he dead tschüss jetzt brauche ich aber umarmung hier ja umarmung oh nice aber nehmen wir die kaffee die kann damit die geht wieder voll mhm ja danke du bist ein echter spatz marcus also hast du den mitgebracht das ist der rote wow kannst du uns was erzähl mir was da über den container ach so das ist der klebegranate oh da ist schon wer oh da ist schon wer oh no he dead oh no he dead ich bin der mit der kamera das ist das problem gell ich habe euch noch gesehen aber er macht ja keinen damage er verschlägt die du ach so ach das stimmt mit der granate das stimmt mit der granate weg oh 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 i bin dead ich bin tot ich bin tot wie können wir denn noch in Richtung wow die granate insta killen wow da müssen wir echt schon dass da die kamer nachher bringen das brett liegt auch nicht links für dir der wo es mit kommt lebe ich habe kein leben verloren ich bin tot da ist das brett stopp 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 da ist das brett links von dir der rechte da ja du schaust aus wie ein verwandter wer bist du das kostet ein hunnig das erinnert mich das erinnert mich das erinnert mich an meine unterhose von letzten wochen nenn du ja was das erinnert mich an deine unterhose von letzten wochen da oder das klingt am halb ach so warte ich möchte schon ein interview dazu zu deinem toten kollege oder wie 3 2 1 das erinnert mich an deine unterhose von letzten wochen ok da ist einer zu da bin ich nicht rein nur weil du da tote hosen da verirrst dich ja das sind 3 oh eine taschenlampe nehmen wir mit so viele kollege haben wir verloren im krieg es ist schon wahnsinn alles für die klicks da ist noch eine taschenlampe ich kann nicht pingen aber da wäre noch eine taschenlampe falls niemand ein freies slot hat oder ah ja mhm der hat nichts mehr da liegt noch eine konfettidose falls jemand einen leeren slot hat ja nehmen wir eine leere taschenlampe mit als wir die konfetti kanonen ich kann schneller umfüllen das stimmt hinter euch kommt die alte gell mit dem Messer was ah fuck wo lass dich auch nicht killen könig ich sehe sie nicht mal links von dir hier sie mag oder hä ja das kann ich nicht erinnern ab und zurück zu klären fehler dass du es nicht ziehst ja wer hat jetzt die kamera mit ich sehe da gar nichts ich habe sie in der hand habe ich sehe da niemanden ja der ist schon wieder weg der ist ab und zum bug dass ein anderes monster nicht zieht aber es tut ihm dann noch nichts das ist eh gut dann kann ich voll hinefilmen wir müssen noch eine leuchten was für ein crazy laser parkour wir glauben es kaum oh schafft er es schafft es oh und er ist zoco weltmeister ja da wäre ein püffe das wäre nice das ist die wo wir auch gekommen sind da sind wir auch gekommen ja ich habe wohl eine orientierung ich merke es ja aber setz uns nicht aufs spiel dass der kameramann stirbt das wäre scheiße wir haben ja voll viel speicher übrig ja ja sollen wir noch was filmen da hatte der Hund so mit seiner Bomben das waren die Regale im Sutterlütti während Corona da haben wir auch noch dabei ich habe noch ein Kopf dabei ist ein Kopftuch ich habe filmen hinter dir ach so warte kurz kann er nicht nein bleibst du da renn auf den Weg ich laufe halt ins Licht hine ok du bist gut 3 2 1 klappe bla 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 ist das dein Kollege oder wo hast denn den her ja wir haben die letzten Überreste vom Riedmann gefunden krass oh fuck was ist da tschüss Bro lalalalalalalala da wird schon wieder geschlabbert das gibts nicht ich brauche ich Hilfe du kannst an der orientierung ja eiii du kannst an der orientierung merken wo du da ankommst aber er bringt dich grad wieder zurück zur steige du siehst fast gar nichts Er hat mich in den Laser gezogen. Oh, du merkst. Oh, bist du gestorben? Oh ja. My boy is dead. But I have to say... Woohoo! Party! Nimm mir die Taschenlampe mit, gell. Mit einem 17% Speicherplatz willst du noch ein Auto machen? Aha. Nö. Da oben finden wir sicher irgendwo ein Monster noch. Okay. Weißt du überhaupt unser Gerät? Ich hab null Plan. Leucht mal in die Dunkelheit. Ich glaube es ist auf der anderen Seite. Ja, sind wir... Wir sind doch von da und dann sind wir von da links her gleich. Oder von rechts? Da auch durch das Loch. Ich hab's gefunden, glaube. Nevermind, ich hab's nicht gefunden. Wir langsam sollten wir's finden. Weil ich hab keinen Sauerstoff mehr. Es war doch voll da... Ah, ich hab's gesehen. Ich sieh's. Du musst zurückkommen auf der anderen Seite von der Stiege. Leuchtet's mal gelb. Oh weh. Was ist das? König, renn hinter dir. Ist dir ein Messerschlampe da. Ich kann hochkommen. Kannst doch nicht so über sie reden. Aber film den ganzen Speicherplatz leer. Jo. Und wie immer bin ich der einzige Überlebende. Tschüss. Prost. Na, ich komm auch noch. Aus dem tiefen Nichts erscheint dir. Der Mann der Stunde. Es ist... Oh. Turmzug. Mach Klappe, Klappe, Klappe. Oh. Tschüss. Akku leer. Ja. Das war aber schon wieder ein Film für die Götter. Ei, weil das wieder dümmere ist. Der kostet jetzt aber nur 2 und fährt 17. Weil wir wieder am Anfang von der 3 Tage sind, glaube. Oh, da ziehe wieder DVD für euch. Ich will wieder meinen Platz. Ich bin der Markus neben dem Unfall. The ghost is very clumsy. Finde ich gut. Grüezi. Du schaust aus wie ein Verwandter. Wer wischel. Das erinnert mich an meine Unterhose von letzten Wochenenden. Ja, also das erinnert mich an deine Unterhose von letzten Wochen. So viele Kollegen. Haben wir verloren. Krieg. Es ist schon Wahnsinn. Was für ein crazy Laserparcours. Wir glauben es kommt. Oh, schafft er es, schafft er es. Oh, und er ist Togo Weltmeister. Das waren die Regale im Sutter, die wären Corona. Hey. Ist das dein Kollege oder wo hast du den hier? Ja. Ja. I want to jump in it. My boy is dead. But I have to... Ich bin nicht der einzige überwiegende. Tschüss. Prost. Ich bin nicht der einzige überwiegende. Oh ja. 48k. Der Penis. Bing, bing. Wir haben nur zwei Tage, gell? Wir müssen jetzt jedes Mal performen. Alter, Mann. Ich habe auch eine Taschenlampe zum Abgehen, gell? Wo? Hau rein. Und weg ist sie. Was haben wir da? Ich würde sonst noch mal so eine Explosion... Mir bringt das gar nichts. Ich nehme mir nur Kamera. Eigentlich... Ist nie alles andere hier. Oh, der Schockstab muss da aufladen. Wo musst du denn aufladen? Da, an dem kommenden Turm ist da. Du Bastard. Was? Oh, echt? Du kannst so viel ubertasern, wie du willst. Wir haben sogar euch. Wir haben sogar noch mehr Geld... Wir haben sogar noch Geld übrig. Ja, wir haben... Fuck. Hey, da legt noch... Wer hat da seine Konfettikanonen im Boden liegen? Wir messen mit. Also, wer möchte dieses Mal ein Intro mehr haben? Kampfschrei. Ich schau mal, was wir noch haben. Tsch. Hey, jetzt löst sie automatisch aus. Ups. Gut. Gehen wir weiter. Ich möchte einen anderen Intro mehr. Ich möchte einen anderen Intro mehr. Hätte es gern. Okay. Gefakte Mon-Landung. Kannst ja von oben hinspringen. Lisa, halt den Rand! Warte schon, ich zwickt er die... Ja, der ist gut. Okay, warte, warte. 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 Du musst ingame reden, gell? Ich will ihm das Mikro. Ein kleiner Step für die Menschheit. Ein großer Zipfel für mich. Also, eins, zwei, go! Ein kleiner Zipfel für die Menschheit. Ein großer Zipfel für mich. Aua! Ich weiß nicht, ob wir im Stopp drucken können. Wir haben die Dope. Ah doch. Hat funktioniert. So, A whole universe is in a heart. Den Okay Wer hat's Mikro? Ja, E Okay, sehr gut Ich bin auch noch ein Party-Ding Boah, wer will Ja, wer will, gekeilt werden Warte Ich springe in Okay, warte Eins, zwei Da sind wir dabei Das ist Britschus Boah, das hat man gleich die Hälfte abzogen Oh, prima Wie Gut Ich meine, 75% Wir haben keinen Häl, glaube ich Da wird er nicht hin Doch, Markus, doch die Umarmung wieder zurückgebefallen Wer rennt jetzt da gerade aus in den Gitterraum? Ja, vergiss das Da verirrschst du wie die Sau Da kannst du nicht mehr aus dem Ding Ach so ein Kollege bist du, oder? Ey, da hinten ist ja gar nichts da in einer Taucherglocken gerät, oder? Da dreht sich wieder was, da dreht sich, da macht jemand einen Film Ich finde, der Markus möchte was in der Kamera sagen Ach so Ja, warte Welcher von euch bist du nochmal? Okay, warte Markus, take one Warte Warte, bin er noch ready Okay Eins, zwei Ja, zwei Aber in game Ja, das hat sich rentiert Ja, blocket mich Warte, ich habe ja noch einen Du kannst schnell mal mit der Kamera filmen Und ich schiebe mich das seitlich mit dem Gesicht langsam mal in die Seite Ich habe ja noch einen Warte Warte Wo willst du denn? Ja, aber in welche Richtung? Einfach 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 Drei Let's go Ja, blocket mich Das klappt, Weltklasse Okay Wenn ein Turmspringer am Start Un Dür Drei Olle Achso Oah 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 Scheiss Die war Gut Das war nicht schlecht Wer hat das Wer hat die Explosion gerade verwendet? Ich habe noch eine übrig, nämlich Ich habe die gerade verwendet, ne Da Ich wirf sie da vor mir am Boden Dann können wir tauschen Dann gibst du mir eine gebrauchte Pass Also Wo soll man da rein? Ich kann nicht sie, dass da nichts funktioniert Da sind eh alle auf dem Hof Da liegt einer, da ist einer tot, ne? Ja, woanders steht Oah, mein Name Da mögst du ein Mann Wo bist du? Äh, wir sind da ums Eck gelaufen Warte, ich tasern Warte, ich komm zurück König Ja Ah da Okay Sobald er auf mich zurennt Oh God Oh Das hat mir ziemlich viel Leben kostet Uhhh Wir haben kaum eine Armung mehr übrig gebt Wir haben noch nie gewonnen dabei gehalten Also wenn ich's sage, aber ihr habt nur noch 10 HP wenn überhaupt hat jemand den taser mit? ich hab ihn ja ich höre doch den blubber da irgendwo da geht's hoch da hat eh pass oder wo ist der Mixer? er ist vielleicht despawned oh no, er ist nicht despawned ich hab ihn gespacert tschüssi du 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 ah ich will nicht der, sie wird aufgehen oh no er hat mich noch erwischt ok, ich hab 10 Leben ja ja soll man Richtung Ufföger ich höre doch schon der Motor starten wir werden aber noch 38 ich brauche 10 tschüssi 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 Das ist eine gute Frage. Aber irgendwas haben wir gerade aufgedeckt. Oh nein! Ich bin ausgewichen. Ich bin ausgewichen. Ja, der hat nicht bei mir gestartet. Er ist umgefallen. Er wird nicht mehr los. Moment, die Kapsel so. Ich glaube, wenn wir auf die andere Seite der Halle gehen. Er geht wieder weg. Wie sind wir zu dem Ding gekommen, wo er runter geht? Ich würde auf die komplett andere Seite der Map gehen. Wie, der von unten oder wie? Nein, nein, nicht von oben. Das ist okay. Und wir müssen es schnell machen. Sauerstoff hat noch nicht mehr viel. Nein? Ja, du auch nicht. Schätz mal nicht, dass wir jetzt unterschiedlich haben, oder? Ich glaube, wir haben ein richtiges Problem. Hinten schaut es einmal hell aus, aber... Wie sind wir? Wir sind von unten. Okay, mit dem 3D kann ich schon nichts sagen. Da drüben ist ein Licht. Aber da sind wir hier. Ja, da bin ich schon. Da ist schon der Abgang. Das war, glaube ich, unser anderer Abgang. Kann ich es sehen? Ich wüsste aber nicht, von wo wir her kommen. Da kommen wir oft die Halle auf. Mit der Stelle. Da können wir fragen, wo sie ist. Hä, da hinten, drehe dich um. Der Grüne, wer ist der Grüne? Wir haben zwei Grüne. Wenn es der mit dem Kuckuck im Gesicht ist, dann... Ach so, das war dein Licht, wahrscheinlich. Ach so, ich habe einmal rumgeleuchtet, oder? Das ist aus der Ferne. Das ist Orange. Oh weh, jetzt wird es knapp, dann ja. Da hinter mir ist schon wieder der Mixer, Mann. Äh, das gibt es doch nicht. Naja, das wäre scheisse. Dann kriegen wir kein Geld, dann schaffen wir es nicht. Dann können wir wieder von Anfang anfangen. Ah, da ist der Mixer, Mann. Wir hätten wieder unten zurückgehen sollen, oder hätte ich es noch eher gefunden, glaube ich. Wir haben ein Werk auf die Halle gefunden. Was heißt, auf die Halle? Ja, es ist ein Stiergang, wenn man auf die Halle kommt. Vielleicht zählen wir es für dort. Ich muss eigentlich nur Kameraden schaffen. Damals. Ich bin am Ende von der Halle da. Wir sind jetzt um Nacht oben. Da ist schon wieder der Ding an mir vorbeigefahren. Der Mixer, Mann. An Kostaminer, hey. Äh. Keine Ahnung, ich sehe es nicht einmal auf dem Halle da oben. Ah, ich bin gestorben. Warum? Oh Gott. Achso, das war es. Ja, Sauerstoff. Oder was? Aber warum? Hat der andere das Lenk? Ah, okay. Ah, scheiße. Ich muss nicht einmal aufs Klo gehen. Sind wir irgendwo vor unten gestartet? Na, wir sind jetzt erst runter. Über die Treppe. Ja, aber jetzt können wir es eh schon wieder vergessen. Jetzt wären wir kaum 80.000 Views machen, vermutlich. Das muss ein sauber gutes Video werden. Das Problem ist jetzt halt, wenn wir es jetzt nicht schaffen, starten wir jetzt wieder bei den ersten drei Videos. Bei 3.000. Die Flute ist los, der sich Setting zu messen. Oh Gott. Das ist 1.000. Da wird's, der sich generiert wurde. Die Flute ist fertig. Das war ein dicker. Das war der Gesamt. Ich habe jemanden umarmen gekauft. Nein, wir haben kein Geld dafür. Ich komme da alene. Ich komme da alene. Alles gut. Yes? Ja, wo er der fällt noch? Ich habe gesehen, ich bin schnell im Klo. Was kannst du mit dem Wappen machen? Gar nichts. Aber gibt es keine Farben mehr, dass wir zwei Grüne haben? Und dass wir sich besser orientieren können? Was habe ich für eine Gesichtsfarbe? Du hast viel nett. Ja, aber ja. Zwei Grüne haben wir. Wer hat die Kamera mit? Ich. Okay. Ich mag sie haben. Ja, wie du willst. Du kannst sie auch haben. Ich will nicht so schnaufe drauf aufs Filmen. Ich glaube Pink gibt es nicht, ne? Halt, gibt es nicht. Doch, hatte der Küni, oder? Ja. Der Orasch kannst du näher, glaube ich. Küni ist Pink. Farbe ist Blau. Ah ja. Simon ist Grün. Ich bin Gelb. Ja, das passt. Der grüne Knopf, der hat keiner Druck, oder? Der ist rot. Der ist rot. Der ist rot. Ich habe schlechte Neuigkeiten für dich, aber du bist vielleicht verabschieden. Ja. Als Elektriker kann es schon mal nimmer werden. Und Mauler wahrscheinlich auch nicht. Ja. Hä? Hä? Gibt es Falte-Image? Ja gut, aber das ist leichter zum finden. Film das, wie wir abendspringen. Ja. Das ist gut. Wie die nassen Säcke fallen sie runter. Wie viele Löffel. Könnte noch die andere Kamera zuerst einen Hohbesuch. Ich habe den Turm nämlich noch nie gesehen. Da kann man die alte Kamera wiederholen. Ja. Glaube ich nicht. Doch, normal schon. Ich gebe dir mal die Kamera da mit. Und die suche die andere der Welt. Ich muss irgendwo da oben sein. Es ist ja jedes Mal ein anderer spawnen. Naja, aber sie muss schon irgendwo da oben sein. Weil dann weiß ich nicht, ob wir beide CDs nicht schieben können. Dass wir die Wiesen, äh die Füße nicht kriegen. Doch, nacheinander glaube ich. Ich habe gemeint schon. Aber ich schaue mal schnell da oben. Ich kann ja der Welt schauen. Ja. Ja. Kaputte Kamera da. Ich habe sie. Achso. Ja dann. 24% Speicherplatz übrig. Ja. Ja das war's. Ja dann können wir es vielleicht doch noch schaffen. Ich weiß nicht ob zwei Videos machen kannst. Es steht dort auch eine kaputte Kamera. Ich kann sie auch gar nicht verwenden. Ja, aber du kannst vermutlich CD noch rauszuholen. Ja hoffen wir es. Ja. Ich glaube CD kannst du rauszuholen. Passt. Ja dann. Ich bin wieder da. Dann müssen wir es reinzuholen. Ja. Aber dann hau die kaput. Der ist ja eine Kapsel hinein. Ja. Ja. Ok passt. Ich geh zur Kapsel. Geh dir schon mal runter und filmen. Ok. Ich filme da vom Laser. Ja das war nicht schlecht. Oh Gott. Da ist das große Ding. Weg 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 weg. Ich glaube ihr habt schon vieles gesehen. Aber das noch nie. Bleibt dran. Oh no. Scheiße die Wandern. Renn rauf. 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 Ah, er hat mich saugehockt. Nein, nicht durch den Laser, nicht durch den Laser. Okay, gut. Aber er hat mich schon wieder... Er wirft mich gleich zusammen. Nein, wie viel Leben zieht die ab? Ich habe nicht viel. Ich glaube, ich bin tot. Komm, lass mich jetzt fallen. Jetzt bin ich tot. Mir hat gerade irgendwas anderes von hinten attackiert. Oh, Mann. Da ist ein riesen Ding da drin. Ich bin tot. Ich kann immer noch eine zweite Kamera holen und dann kommen. Ich lebe! Jetzt sind alle tot. Ja, aber er ist AFK. Warum ist er jetzt AFK? Keine Ahnung. Nein, nein, er klettert auch in ihrem Fall. Der fette Hund, der brutal. Jetzt sieht man Chance jetzt. Es ist genau nach dem Laser, links hinten. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe dafür, es unterlebenden zu kommen. Ja. Es wird halt auch immer weniger. Flick komma Explosivität, Elektronik Regeln. Clem? Ja? Ja, ganz schnell runter. Wir müssen alle gestorben und die Kamera liegt unter. Schnell! Schriege runter. Danach kommst du durch die Laser durch. Bei der Laser musst du drauf vorbei. Links, 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 links. Links, 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 bei der Laser. Ja, da. Da musst du unten durch. Kannst du normal durchlaufen? Ja, kann schon. Normal. Links, links durch die Tür. Genau, da liegt die Kamera am Boden. Und du rennst schnell hoch. Jetzt nimmst du hier und kommst du auf. Und film dir, erklär dabei. Zum Speyerplatz nur ausnutzen. Du kommst wieder, renn auf, schnell. Wir sind alle gestorben. Und wenn du AFK warst. Das ist ein Schnerka-Ficht. Oder nein, das ist ein Schnerka-Ficht. Das ist ein Wurm-Ficht. Das hat uns alle geholt. Und jetzt ratzfatz aufs Dach wieder. Du bist ein Spinnen-Ficht. Machst du da beide Kameras mit. Oh, weh. Wir sollen eins jetzt gehen genau drauf zu. Boah. Schnell! Ja, ich weiß nicht, was ich. Ja, über dir. Wieso ist das oben? Gange nicht hoch! Auf einfach! Wieso soll er hoch rennen? Ja, weil es genau da ist. Wieso soll er da hoch? Hä? Was ist das genau da ist? Es gibt zwei Werke, Uffe. Komm schon, lass mich los! Also, Fabi, wieso soll er da hoch rennen? Wenn es fielst damit. Ja, ich komm nicht weg. Hinter der Halle gibt es ohne. Ja, jetzt haben wir beide Kameras verloren. Es gibt zwei Werke. Die sind jetzt nicht so gesund, was geschaut da. Jetzt werden wir nochmal gedisst ordentlich. Ja, super, danke. Channel. Nein. Das kannst du doch so nicht zeigen. Immerhin. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ja. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja, geil, oder? Super, Fabi. Okay, Markus. Du hättest selber was sagen können. Ich hab gesehen, rennen da rauf, Mann. Hä? Was hört man denn auf mich? Ja. Du bist einfach der Rötterste gewesen. WasKA ? Wie ist er? Vielen Dank.